Hallo, hier ist Stefan von sportwetter.net. In diesem Video erkläre ich euch alles, was ihr zu Steuerpflicht und Wettsteuer in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz wissen müsst. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass in Deutschland Sportwetten nicht steuerpflichtig sind. Das ergibt sich ganz einfach aus den sieben Einkunftsarten, die in Deutschland steuerpflichtig sind und keine dieser Einkunftsarten betrifft die Sportwetten. Das gilt übrigens für Glücksspielgewinne insgesamt, also wenn ihr in einem Online-Casino spielt, dann müsst ihr auch die Gewinne nicht versteuern. In Österreich ist die Regelung ganz ähnlich, auch da müssen Sportwetten nicht versteuert werden. In der Schweiz, das sei nur am Rande angemerkt, in der Schweiz müssen Sportwettengewinne versteuert werden, wenn sie über einen Freibetrag hinausgehen. Da ist die Besteuerung sogar relativ hoch. Also wenn ihr in der Schweiz lebt, solltet ihr euch da genau informieren, damit ihr keine Probleme mit dem Finanzamt bekommt. In Deutschland ist die Situation komplett anders und darauf möchte ich mich jetzt in diesem Video auch mal fokussieren. In Deutschland ist es so, dass der Staat grundsätzlich davon ausgeht, dass bei allen Spielen, Sportwetten etc. der Glücksfaktor so hoch ist, dass es keine geregelte Einnahmequelle ist. Das ist im Grunde genommen die Begründung dafür, dass keine Steuern erhoben werden. Das hat in den vergangenen Jahren allerdings nicht immer Bestand gehabt vor Gericht. Insbesondere bei Pokerspielern hat es diverse Gerichtsverfahren gegeben, in denen dann zum Teil auch festgestellt wurde, dass sie dann doch steuerpflichtig waren. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, der im Grunde auch für Sportwettenprofis gilt, zu einer Steuerpflicht kann es nur dann kommen, wenn ein regelmäßiges Einkommen erwirtschaftet wird. Es gibt im Moment keine verbindlichen Regelungen, was das genau bedeutet. Es ist aber mindestens davon auszugehen, dass wenn ihr so etwas wie einen Nebenjob als Sportwettenprofi habt und im Monat mit euren Sportwetten genauso viel verdient wie mit eurem regulären Job, dass ihr dann wahrscheinlich steuerpflichtig seid. Informiert euch aber in einem solchen Fall frühzeitig bei einem Steuerberater, dann habt ihr überhaupt kein Problem mit dem Fiskus und dann könnt ihr entsprechend reagieren und gegebenenfalls ein Geld zurücklegen. Damit ihr kein Problem bekommt, wenn das Finanzamt irgendwann auf die Idee kommt, eure Sportwettengewinne zu versteuern. Aber, das soll auch nochmal ganz deutlich jetzt herausgestellt werden, in der Regel müsst ihr damit nicht rechnen. Wenn die ganz normalen Sportwettenfans und auch die Sportwettenfans, die sehr strategisch vorgehen und öfter mal einen großen Gewinn machen müssen, in der Regel nicht befürchten, dass sie Steuern bezahlen müssen. Das gilt insbesondere auch für einmalige hohe Gewinne. Also selbst wenn ihr einige tausend Euro mit einer Sportwette gewinnt, müsst ihr nichts davon ans Finanzamt bezahlen, außer ihr gewinnt diese mehreren tausend Euro jeden Monat oder jeden Tag oder auf jeden Fall sehr regelmäßig, dann kann es passieren, dass ihr steuerpflichtig werdet. Nach unserer Einschätzung ist es aber so, dass 99,9% aller Sportwettenfans nicht Gefahr laufen, jemals mit dem Finanzamt unangenehme Erfahrungen zu machen. Und diejenigen, die dafür in Frage kommen, also die absoluten Sportwettenprofis, die wissen das auch längst und sprechen sich dann sinnvollerweise auch mit einem Steuerberater ab, um keine Probleme zu bekommen. In Zukunft wird es da wahrscheinlich einheitliche Regelungen geben, sodass es einfacher ist zu erkennen, wann diese Schwelle vom reinen Sportwettenfans zum echten Sportwettenprofi dann überschritten wird. In Deutschland wird eine Wettsteuer erhoben und viele Anfänger und Einsteiger sind komplett verwirrt, wenn sie das Wort Wettsteuer hören, weil sie denken, sie müssten irgendeine Wettsteuer bezahlen. Das stimmt aber allenfalls indirekt, denn die Wettsteuer wird von den Buchmachern kassiert. Das heißt, die Buchmacher sind diejenigen, die steuerpflichtig sind und das Finanzamt kommt nicht auf die Idee, diese Wettsteuer bei den Kunden abzukassieren. Das wäre rechtlich auch gar nicht möglich, weil es sich tatsächlich um eine Anbietersteuer handelt. Aber die Anbieter haben die Möglichkeit, diese Steuer an die Kunden weiterzugeben. Wir haben zum Thema Wettsteuer eine eigene Rubrik und ich empfehle euch, wenn ihr euch mit Sportwetten näher befasst, schaut euch das mal genau an, denn es gibt Wettanbieter, die die Steuer nicht weitergeben. Andere besteuern die Einsätze, wieder andere den Bruttogewinn und es gibt noch einige Zwischenlösungen. Manchmal sind Kombi-Wetten steuerfrei und sowas. Das ist ein wichtiges Thema, weil die Wettsteuer dazu führen kann, dass die Quote indirekt sinkt und das solltet ihr dann wissen. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie bezahlen müsst, nachdem ihr die Gewinne bekommen habt. Also das Geld, das ihr von den Wettanbietern ausgezahlt bekommt, ist erstmal steuerfrei, bis auf die eben angesprochene Ausnahme. Ihr müsst euch also da keinen Kopf machen und könnt in aller Ruhe eure Sportwettengewinne genießen und entweder für schöne Dinge im Leben investieren oder aber nutzen, um aus unserem Wettbonusvergleich den nächsten Wettbonus zu nehmen und mit einer Einzahlung dann die Gewinne in neue Gewinne verwandeln. Das ist eine interessante Option für alle, die ein bisschen strategischer an das Thema Sportwetten herangehen wollen. Alle Infos rund um das Thema Steuern bei Sportwetten, Wettsteuer und auch Strategien, Wetttipps etc. Alles, was das Thema Sportwetten in irgendeiner Weise betrifft, findet ihr auf sportwette.net. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Sportwetten und viel Spaß mit euren steuerfreien Gewinnen.